Sehr geehrte Damen und Herren, heute möchten wir Ihnen ein Projekt vorstellen, ein Baugrundstück, wo wir auch schon eine Studie haben. Befindet sich in Purkersdorf, dieses Grundstück, und man hat ungefähr die Grundfläche, die Grundstückfläche wäre 1192 Quadratmeter groß, ist es. Und man könnte hier elf Wohneinheiten schaffen, also ungefähr eine gesamte Wohnnutzfläche von 1012 Quadratmetern. Und die Studie wird dann ungefähr so aussehen. Wenn wir nochmal weitergehen, einen Schnitt nochmal sehen, dann hat man auch ein Kellergeschoss, sprich das dann eben für Garage bzw. auch Kellerabteile. Und wenn wir nochmal weitergehen, dass wir die Lage kurz erläutern, hier befindet sich unser Grundstück. Wie gesagt, 33% ist es verbaubar, offene oder gekuppelte Bauweise, bzw. Bauklasse 1 oder Bauklasse 2. Kaufpreis sagen wir 1,1 Millionen, Verhandlungsbasis. Wenn Sie diesbezüglich noch mehr weitere Fragen haben sollten, bitte rufen Sie uns an. Drin Immobilien, Özman Erkan, begrüße Sie. Und ich hoffe, es geht. Vielen Dank.